ok annehmen levelaufstieg fähigkeiten zwei verletzungen heilen talente wir hatten nur scharfschütze aber wir werden ihm noch starke explosion geben obwohl wartet mal verbesserte scharfschütze annehmen wir rüsten den schnell aus hier mit der atemmaske dann geben wir den energieschild und mandalorianisches schild wir geben den ein sicherheitsgefühl das hier minlaser so scharfschütze kreya schalldetonator langreifen und ich unruhe stopp ich hab ein level up verletzungen heilen kriegt ein und computerkenntnisse talente wir nehmen die verbesserte obwohl die verbesserte unruhe kräfte macht schrei annehmen so moment mal druiden betäuben verbesserte unruhe ausschalten angreifen und der ganz viel scharfschütze und los geht's ich bringe diesen fein zum scharf so jetzt schnell weg ran wir werden abgeschaltet meister das wars waffen waffen und weiter geht's ja im ersten teil leute war es so dass du das medikit immer anwendest auf die person die wo du das drauf drückst hier ist es so geregelt dass du erst aufs medikit drückst was machen wir dann auf die ihr wollt wollt ihr zurück in eure zelle ist zu spät um euch wieder in sicherheitsraum zu stecken etten hat recht wir müssen von diesem schiff runter berückt euch wir brauchen einen plan keine vorwürfe ja wir nehmen etten oh wenn die kinder ich will jetzt wohnen schwein schluss ja leute ich klicke schnell durch weil ich möchte noch was schaffen bevor ich die aufnahme stoppen muss also gut schwein 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 oh hier kommen jetzt die ersten cis killer Ja, Cray hat uns die Macht gegeben. Ähm, wir müssen hier lang. Ähm, ne, aber hier lang. Aber ich speichere mal eben. Peragos 2 Part 4. Einfach nur, oh. Genau. Für mich als Sicherheit auch, dass es gesaved ist. Ist ja sehr wichtig. Aha, die Brücke. Genau, und hier müssen wir dran. Ja, es backt wieder ein bisschen. Orbitalkarten laden. Abmelden. So. Wir haben die Karten. Hier kommen wieder ein paar Keller. In dem Raum sind sie. Gesperrt. Ich wusste es. Ich brauche unbedingt ein zweites Vibro Schwert Leute. Nachkampfschild. Ja. Ich habe noch mehr davon. Das ist auch leer. Ja Leute, ich laufe hier nur hier lang, um zu sehen, ob ich... Oh, was übersehe. Ja, Reparatur-Kit. Weil, wie eben schon gesagt, ich brauche dringend ein zweites Vibro Schwert. Ohne geht es wirklich nicht. Ja, hier ist eine hohle Konsole. Werde ich nicht mit sprechen. Ist unnötig. Ja. So, der hat auch schon was Neues an. Die Crew-Cup. Äh. Hier ist die Crew. Also Quartiere. Ja Leute, ich durchsuche alles. Hier. Eroginator. So. Geht es euch gut? Das war mein Zimmer. Das war mein Zimmer. Das war mein Zimmer. Wartet. Ich will diesen Raum durchsuchen. Ja, das erste. Das war dein Zimmer? Wann? Bevor ich das Bewusstsein verloren auf Peragus erwarte. Als ich an Bord der Habinger war. Das ist unwirklich. Ja, das erste. Wir haben nicht viel Zeit. Was ihr auch vorhabt. Beeilt euch. Sowieso. Das war mein Zimmer.